Unfreiwillige Belastungsprobe in nasser Windel auf dem Weinfest Endlich traut sich die Windelliebhaberin Daniela, zum ersten Mal gewindelt unter Leute zu gehen. Für dieses Wagnis hat sie sich das Weinfest ausgesucht, auf dem sie prompt ihre Kolleginnen trifft. Glücklicherweise trägt sie einen Mantel, der ihren gepolsterten Po vor den Blicken schützen soll. Doch wird diese Maßnahme ausreichen? Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage